Wollen Sie in der Sächsischen Schweiz raten oder wählen? Jedenfalls hinter mir, unter mir, von der Wilka-Aussicht ausgesehen, der Ort wählen, an der 1.165 km langen Elbe gelegen. Und dahinter, etwa 200 Meter über der Elbe, die Bastei. Das Bastei-Restaurant kann man von hier aus ganz gut ausmachen. Der Bastei gegenüber, der 304 Meter hohe Rauenstein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020